Ein Tief über Polen bestimmt das Wetter in Mitteleuropa. Es lenkt feuchte und recht warme Luft heran. Wechselhaftes Wetter herrscht zurzeit auf dem Balkan. Ein Tief bei Island leckt einige kräftige Regenschau über die britischen Inseln. Dagegen hält sich von der iberischen Halbinsel bis in das östliche Mittelmeer Hochdruckeinfluss. Sehr warme Temperaturen von über 30 Grad sind die Folge. Der Samstag bringt nach teilweise nur zögernder Auflösung von Nebel überwiegend freundliches Wetter. Im Nordosten und Osten werden die Wolken allerdings im Tagesverlauf dichter und von Vorpommern bis Ostsachsen fällt später gebietsweise Regen. Im Westen und Süden entwickeln sich nur einzelne Schauer, vor allem in den Alpen sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste auch mäßig aus Nord bis Nordost. Am Sonntag kommt im Westen und Südwesten immer mal wieder die Sonne zum Vorschein und meist bleibt es auch trocken. Sonst überwiegen die Wolken und gebietsweise gibt es Schauer. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 15 und 21 Grad, teilweise ist es aber auch kühler. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. Mehr Informationen zum Wetter finden Sie unter www.wetterkontor.de oder bei Facebook und Twitter unter Wetterkontor. Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.